SRF Schweizer Filmpremiere Ich freue mich auf die Welt mit dir. Jung, verliebt, unangepasst Das Mädchen ist gefährdet. Lina! Die Liederlichkeit können wir nicht tolerieren. Grundlos weggesperrt und plötzlich schwanger Und wer ist der Vater? Gehe die gefällige Standorte. Ist sie der staatlichen Willkür schutzlos ausgeliefert? Das ist kein Erziehungsheim, das ist ein Gefängnis. Lina, 21. Februar, SRF 1 5 Mai Reise 1 2 1 2 3 2 3